Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der April kann ein sehr liebevoller Monat für euch werden, denn Liebesgöttin Venus läuft durch euer Partnerhaus und verbindet auch alle anderen Planeten miteinander, die günstig zur Skorpionsonne stehen. Ihr bekommt also immer wieder schöne, angenehme und auch kraftvolle Impulse für euer Liebes- und Beziehungsleben. Wenn es mal nicht so gut läuft, zum Beispiel weil ihr Planeten in der Waage habt, die jetzt stressige Aspekte empfangen, helfe ich euch gern in einer Beratung weiter. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, also was ich hier auch trage und wie ihr teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund und die langfristig wirkenden Tendenzen habe ich euch in Teil 1 meines Jahreshoroskops erklärt und ihr könnt es auch in meinem Buch nachschlagen. Bei den langsam laufenden Planeten hat sich nicht viel geändert, nur diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Jupiter ist rückläufig und steht nun wieder auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 11. bis 16. November. Neptun versorgt die Geburtstagskinder vom 6. bis 9. November mit viel Inspiration und großer erotischer Verführungskraft. Das wichtigste kosmische Ereignis des Monats ist der Wechsel von Chiron ins Zeichen Widder. Für euch geht er damit ins Sonnenhaus der Gesundheit und das kann vielfältige Auswirkungen mit sich bringen. Wenn ihr ein gesundheitliches Problem habt, können sich neue Wege für euch auftun, wie ihr das in Angriff nehmen könnt. Wenn ihr allerdings gesundheitliche und auch psychologische Probleme bisher mit Erfolg verdrängt hattet, würde ich Chiron euch in den kommenden Jahren damit konfrontieren, indem ihr euch eure Schwächen vor Augen führt. Verdrängtes wird hochkommen und will neu angeschaut werden. Vielleicht geht es aber auch einfach nur darum, dass ihr euch eingesteht, dass ihr auch Fehler und Schwächen habt und dass ihr diese auch bei anderen mehr tolerieren solltet. Skorpione können manchmal ganz schön streng sein, wenn sie Schwachstellen bei sich und anderen entdecken. Chiron wird euch zeigen, dass ihr besser damit fahrt, eure Verletzlichkeit liebevoll anzunehmen. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber es hilft euch, eure weichere und empathische Seite weiterzuentwickeln. Schaut euch dazu unbedingt auch mein Videospecial über Chiron an. Jetzt wollen wir den Monat mit den aktuellen Konstellationen für euch durchgehen. Wir starten mit der Sonne, dem rückläufigen Merkur und Uranus im Widder. Und die stehen hier für euch im sechsten Haus. Und die Venus steht im Stier und wird fast den ganzen Monat über durch euer Partnerhaus laufen. Dabei bestrahlt sie eure erste Dekade bis zum 8. April, danach bis zum 17. April die zweite Dekade und anschließend bis zum 24. April die dritte Dekade. In dieser Zeit seid ihr besonders kontaktfreudig und geht herzlich auf andere zu. Und von denen kommen auch angenehme Impulse und Gefühle zurück. Es ist auch eine gute Zeit, um jemandem Komplimente zu machen oder welche zu bekommen. Wenn ihr euch nach mehr Zuwendung sehnt oder das Gefühl habt, dass andere vielleicht glücklicher sind als ihr, dann werdet einfach aktiv und geht in den Austausch. Die positive Rückmeldung von anderen lässt eventuelle Zweifel schnell verfliegen. Allerdings ist da auch eine Spannung zur Venus. Das kann sich so äußern, dass ihr zu viel Geld ausgebt oder euch mit zu vielen Süßigkeiten verwöhnt. Da solltet ihr ein bisschen drauf aufpassen. Zumal jetzt ja auch Jupiter in eurem ersten Haus steht, da nimmt man auch schneller zu als sonst und hat auch die Neigung, sich selbst zu verwöhnen. Vom 5. bis zum 18. April ist eine sehr schöne Phase für euch. Denn die Venus bildet dann Harmonieaspekte zu Mars und zu den anderen Planeten im Steinbock und das Ganze steht positiv zu eurem Zeichen. Das begünstigt einen liebevollen Austausch und natürlich auch erotische Momente. Es könnte höchstens sein, dass Situationen im Job für euch ein bisschen nervig ausfallen. Und Grundsatzdiskussionen solltet ihr ganz vermeiden. Besonders in der ersten und der letzten Woche des Monats neigt ihr ein bisschen dazu, anderen eure Meinung aufs Auge zu drücken. Das kann nach hinten losgehen, auch wenn ihr wahrscheinlich im Recht seid. Ich habe es ja schon im Erlebnishintergrund erklärt. Die Aspekte von Pluto und Saturn können dazu führen, dass ihr in der Kommunikation sehr hart und entschieden auftretet. Und jetzt im April ist auch noch der Mars hier im Steinbock mit dabei und da könnt ihr schnell jemanden vor den Kopf stoßen. Wenn ihr überzeugen wollt, solltet ihr lieber sanft, aber bestimmt auftreten. Und manchmal ist es sogar gut, mit der Meinung hinterm Berg zu halten. Stattdessen bietet es sich an, mit gutem Beispiel voranzugehen und statt Worten lieber Taten für euch sprechen zu lassen. Ihr werdet sehen, das funktioniert. Um die Monatsmitte haben wir dann ganz besondere Konstellationen der Transformation, der Inspiration und der Heilung. Erst wird der Merkur am 15. wieder direktläufig, dann ist Neumond am 16. und am 17. April wechselt dann Chiron das Zeichen und das alles im Wetter. Und diese Konstellation könnte für euch mit Gesundheitsthemen oder eurer Jobsituation zu tun haben. Und da könnt ihr euch auch in der Neumond-Meditation mit beschäftigen. Was könnt ihr für einen Heilungsprozess jetzt gebrauchen? Welche neuen Ideen würden euch im Job weiterhelfen? Der Skorpion ist ja gern ein bisschen vorstellungsfixiert und hat so seine festen Ideen, wie die Dinge zu laufen haben. Der Neumond kann euch helfen, diese Fixierung zu durchbrechen und zu überwinden und ganz neue Denk- und Lösungsansätze zu finden, wenn ihr euch nur dafür öffnet. Am 20. April um 5.12 Uhr morgens wechselt dieses Jahr die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert für die kommenden vier Wochen den Partnerschaftsbereich eures Horoskops. Sie löst dann sozusagen die Venus ab und bringt weiterhin viel Energie in eure Partnerschaftsthemen. Das ist besonders schön für Singles, die jemand Neues kennenlernen möchten. Es kann auch eine gute Zeit sein, um innezuhalten und auf euer aktuelles Lebensjahr zurückzublicken, denn ihr habt dann sozusagen Halbjahresgeburtstag und könnt schauen, wie weit ihr gekommen seid und was ihr in diesem Lebensjahr noch erreichen wollt. Am 24. April wechselt die Venus das Zeichen und geht in die Zwillinge. Das kann eine schöne, leichte und humorvolle Energie in eure festen Beziehungen bringen. Sorgt dafür, dass ihr gemeinsam etwas zu lachen habt. Und da gibt es bestimmt einiges, denn viele Konstellationen stehen ja sehr günstig für euch. Der Monat klingt dann aus mit einer wunderbaren Vollmond-Konstellation. Das ist der sinnlichste Vollmond des Jahres in den Zeichen Stier und Skorpion. Und jetzt geht es auf den Tanz in den Mai zu und die Frühlingsgefühle geraten in Wallung und bei euch bestimmt auch. Wenn ihr den Brückentag am Montag freinehmen könnt, dürft ihr euch auf ein rauschhaftes Wochenende freuen, bei dem es euch gelingen kann, Sexualität und Spiritualität miteinander zu verbinden. Und das ist auch der tiefere Sinn des Beltane-Festes, das der Fruchtbarkeit des Landes und der alten Göttin gewidmet war. Ob ihr das nun als spirituelles Ritual oder Tanz in den Mai feiert, genießt die Konstellationen. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ja, bei meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Colliers zu gewinnen, so wie ich es versprochen hatte. Ich trage hier den Steinbock, aber natürlich passend zu eurem Sternzeichen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dazu müsst ihr einfach nur hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch unbedingt auch mein Special über Chiron an, Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.